Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Knallergeballer und Freunde. Heute gibt es das Auswahlvideo für die Games, die wir dann zocken werden nächste Woche, eine Woche lang. Ich fange direkt an. Dann gibt es den Zug-Simulator, dann gibt es den Euro Truck Simulator, dann den Landwirtschaft-Simulator, drei Bus-Simulatoren, einmal Fernbus-Simulator, Touristen-Bus-Simulator und Stadt-Bus-Simulator. Lasst mich kurz überlegen. Ja, habe ich jetzt was vergessen? Ah ja, Fortnite. Bau-Simulator gibt es noch. Bau-Simulator. Ja, das waren die acht Beispiele. Ah, ich bitte wirklich jeden, der dieses Video anschaut, ein Beispiel in die Kommentare zu schreiben. Das mit den meisten Beispielen, also der Kommentar, na, so, nochmal von neuem, das Spiel, was die meisten Kommentare hat, das wird gespielt, sollten mehrere gleich sein, wird es ausgelost, Freunde. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch mit diesem kurzen Video. Am Montag geht es los mit dem ersten Video und dann kommen jeden Tag bis Freitag, also fünf Folgen. Bis Freitag jeden Tag ein Video und Samstag ist dann gar nichts und dann, naja, am Samstag kommt dann wieder ein Auswahlvideo und am Sonntag ist dann nichts und am Montag geht es wieder los. Ja, Freunde, das war es mit dem Video. Liked das Video, schreibt in die Kommentare, nicht nur das Kommentar liken, selbst hineinschreiben, was ihr wollt. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und damit ciao, ciao.